Sie hören etwas Klasches, Klascheses? Klasches, Klascheses. Etwas Altes, nicht? Versetzen Sie sich oder verstellen Sie sich, wie Sie sich gerade befinden, in die Lage des Mittelalters. Stellen Sie sich mal vor, es ist 1548 nach Christi und wir befinden uns im Entree im Schloss bei Ritter Kunibert. Kunibert ist mit seinem Mann, also Mann, das ist sowas ähnliches wie Männer, nur nicht ganz so, Mann, nicht? Früher hießen die Männer Mann. Die sind zusammen versammelt und sind mit der Vertilgung von Alkohol beschäftigt. Nun und wie sie so beschäftigt sind damit, da plötzlich...